Moin zusammen, schön dass ihr wieder da seid und so, willkommen zurück hier auf der Irak. Ja, es ist immer noch umregnen, aber das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern, würde ich jetzt mal so sagen, ja. Dann haben wir das, glaube ich, endlich hinter uns. Dann können wir immer noch schauen, was wir denn hier noch anstellen können. So. 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 Hmm. Gucken wir mal, wie wir das hier jetzt noch wegkriegen. Okay. Dann wollen wir mal rüberfahren. Okay. 25 müsste jetzt gleich kommen. Hmm. Ich denke. So, da sind wir schon. Sehr gut. Ja, hier ist auch echt... Da habe ich nicht aufgepasst mit dem Ansehen. Da habe ich dem Helfer, das ein bisschen... Ja, ein bisschen blöd erzählt. Könnte man so sagen, ne? Na ja, gut. Ist halt irgendwie es ist, ne? Und was hatten wir denn jetzt hier überhaupt angesehen? Weizen? Ja, gut. Wollt ich weg. Hm. Achso, aber dann sowieso. Dann können wir noch mal im schnellen Blick riskieren. So, der ist leer. 414.000 Meter. Interessant würde ich sagen, ne? Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Da ist jetzt ein bisschen blöd, dass hier so eine halbe Bahn jetzt überbleibt. Aber nützt hier nichts. Ja, gut. Ja, gut. Ja, ich hoffe, ich habe das bis zur nächsten Aufnahme mit irgendwie gefixt mit dem, äh, ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das anstelle, aber, Gucken wir mal. Ich bin immer noch nicht so ganz eins, wo ich dann jetzt mit dem, äh, mit der Handyhalterung nachher hingehe, wo ich jetzt dann nachher eben das Handy dann schnallen kann. Das heißt, ich könnte jetzt auch gerne gut sagen, ja komm, ne, dann bestelle ich mir irgendwas, aber ich sag mal, ne, wenn ich mir irgendwie was, was ich jetzt habe, weil die Halterung selber habe ich noch. Das ist hier, im Endeffekt habe ich die Schale, nur der Rest davon existiert nicht mehr. Ich muss kaum, im Endeffekt, eigentlich nur irgendwas basteln, dass ich mir hier das irgendwo aufhecken kann oder so. Oder irgendwo dran werfen. Hm. Ah, der will mir schon mal da einfallen. Interessant, dass ich hier jetzt auf dem Feld, äh, Kirchenglocken höre. Äh, Also hier ist nirgendwo ne Stadt, die Stadt ist hier, oder das Dorf. Das wäre, glaube ich, auch der Brombach auch so, ne. Da war auch irgendwie hier, war das nicht, glaube ich, auch Kirchenglocken. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich weiß es ehrlich gesagt, auch gar nicht, ob ich das, äh, jetzt schon erwähnen soll, oder erst später. Ähm. Eigentlich wollte ich es mir noch so ein bisschen, oder, naja, gut, aufsparen könnte man jetzt eigentlich, äh, ne. Nicht sagen, aber... Ähm, ja, ich möchte ganz gerne doch, äh, ein bisschen mehr Zeit, sag ich mal, doch für mich haben. Könnte man so sagen, ja. Äh, das heißt, äh, im Umkehrschluss, äh, also Minimum Zweitprojekte, werden, äh, beendet. Ähm. Ich fange fachsimpel noch so ein bisschen, ne, welche. Darum wollte ich das jetzt eigentlich immer noch, eigentlich noch gar nicht so sagen. Ähm. Aber wir sitzen tatsächlich langsam eigentlich für den Moment ein bisschen viel. Ähm. Und wenn ich denn überlege, für das, ähm, was ich hier mache, ähm, könnte man ja nicht auch sagen, äh, es kommt ein bisschen wenig Feedback. Äh, wenn ich mir so die letzten, zwei Wochen angucke, ähm, weniger Aufrufe, auf verschieden, auf den verschiedenen Projekten halt. Nur da möchte ich mir noch mal so ein bisschen, äh, ein Auge drauf haben. Welche, oder wo denn jetzt, äh, der Knackpunkt ist. Oder wo halt, ne, wenige passieren. Die werden beendet, die Projekte. Und, äh, ich denke mal, zwei Projekte bleiben erstmal. Damit ich mal so ein bisschen, äh, ne, ja, ich sag mal, auch für mich selber mal, auch mal was anderes machen kann. Ähm, ähm, weil seitdem ich tatsächlich, äh, äh, das hier mit, äh, hier Karten spiele, äh, ich spiele keine andere Karte mehr. Also für mich selber jetzt nicht, weil ich da kein Kampf auch habe. Das finde ich ein bisschen doof. Ähm, ich möchte auch ganz gerne mal, nebenbei wieder selber so eine Karte raussuchen, wo ich für mich selber so vor mich hinspiegeln. Und nicht nur, sag ich mal, ne, Videos produziere, Let's Plays, äh, für die Let's Plays. Wo ich dann spiele, spiele, sag ich mal. Ähm, jo. Vielleicht habe ich mir das mit den, äh, vier Karten doch ein bisschen, ähm, ja, den, könnte man sagen, den Mund zu voll genommen. Ähm, jo. Aber ich sage mal auch, ähm, da auch in, oder mir ist aufgefallen, dass das eben die Aufrufe auch im Sinken, denn frage ich mich warum, wofür. Ich meine, äh, ich sitze, also, über den Daumen gepeilt, ich glaube mal nicht, dass ich jetzt großartig übertreibe, wenn ich sage, dass, ne, ich hier, ne, ein Aufnehmen und, äh, hochladen für die Projekte, die ich jetzt, die jetzt laufen. Also, 15 Stunden bin ich garantiert dabei. Also, irgendwo so zwischen 12, 15, garantiert. Und, äh, ja, wenn denn nicht so wirklich was kommt, äh, ist ein bisschen doof. Darum, ähm, werde ich im November, könnte man sagen, ähm, kürzer treten. Ja, so könnte man das sagen. Äh, ich wollte das ja, eigentlich, wollte ich das noch ein bisschen rausschieben, aber ich hätte mir gedacht, ähm, kannst du jetzt auch nicht, genauso wie jetzt sagen, ist das nicht, äh, ist das nicht auch egal. Ich sehe, ob ich es jetzt jetzt sage, oder später. Also, im Endeffekt haben wir denn jetzt, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt die, den Elfen, dann kommt das in der Woche, ja gut, wäre im Endeffekt das noch eine Aufnahmewoche. Ja. Also, wenn es jetzt noch, wie die nächste Aufnahmesession, noch fünf Videos, die denn kommen würden, dann, dann, äh, überlege ich mir, welche Projekte denn beendet werden. Also, bis dahin, äh, sage ich mal, überlege ich nur. Weil ich merke denn doch so langsam, damit ich alles hinbekomme, ähm, ist es mir doch ein bisschen zu viel geworden. Äh, gut. Aber nichtsdestotrotz ist die Folge auch fällig. Ich hätte da vielleicht eher mit anfangen sollen, aber gut, egal. Ähm, okay. Äh, wenn es euch trotzdem gefallen hat, ja, gerne Däumchen da lassen. Und, äh, dann bin ich erstmal wieder raus. Dann sehen wir uns gerne, morgeno. Hau da rein, bis dahin. Ciao, ciao.